Das Protokollenstall, der mir persönlich nicht besonders wichtig war. Das passt immer noch. Das passt auch immer noch. Das kann da nicht platziert werden, Hoheit. Was ist der Sinn des Lebens? Ich stelle mir diese Frage jeden Morgen, wenn ich mich vom Boden erhebe. Es ist kein Wunder, dass der auf dem Boden sitzt. Was ist, wenn das Leben gar keinen Sinn hat? Genieß es einfach. Sofern es geht. Das muss jetzt sein. Eine Reparatur brauche ich da drin mindestens. Guck mal, ob ich es nochmal hinkriege. Ich glaube, die Ninjas können diese Firefly Plattform gar nicht vernichten, oder? Ich weiß es gar nicht. Aber die haben sie noch nicht ange... Also ganz theoretisch könnten sie es, aber ich glaube, sie können es nicht aktiv machen. Mit dem Wurfstein wäre es möglich, aber sie können sie nicht angreifen. Das heißt, diese Dinger sind die optimale Verteidigung. Wir werden angegriffen. Das ist die Schwächste von allen. Oh, wo machen Sie sich? Hey, das ist cool. Mach weiter. Ja, lass sie schön leiden. Noch ein klein bisschen mehr Geld. Oh, oh. Oh, oh. Moment. Also rein theoretisch könnte man ja einfach durchrennen. Wahrscheinlich geht es nicht, aber... Geht das? Ähm. Ne. Aber hier kann man einfach durchlaufen. Wir haben unser diplomatisches Ziel schon fast erreicht. Ja, muss ich nur ordentlich fertig machen. So. Dann läuft das auch. Damit Sie noch in die Richtung schießen können, das wird tatsächlich wichtig. Möglichst. Und da sie prima hier drauf springen, vielleicht können Sie davon da auch ausschießen. Oh, der Schadener angerichtet wird schon heftig. Oh, der Schadener angerichtet wird schon heftig. Oh, der Schadener angerichtet wird schon. Ja, das macht die Team weg. Ich hätte trotzdem tatsächlich Bock, die loszuwerden. Das geht sogar. Scheiße, ich treu. Scheiße, ich treu. Scheiße, ich treu. Aber ich mindestens sieben Samurai brauche, um das zu stürmen. Rohre, extreme Steuern klingt extrem. Aber jetzt bin ich an dem Punkt, an dem ich mich gut verteidigen kann. Gespeichertes Spiel überschreiben? Und irgendwie habe ich das Bedürfnis, die jetzt alle auf meine Seite massiv zu holen. Nicht ein Ei mit Gewalt und den Rest mit anderen. Oh, sind die alle draufgegangen? Eure Steuersätze verärgern die Geister meiner Vorfahren. Klingt da ein Du-Problem. Bitte, Hoheit. Ich muss meine eigene Mutter verkaufen, wenn ihr die Steuern nicht senkt. Sieht doch gut aus. Frag von einem Freund. Ah, ich hätte es tatsächlich mehr hier rüber setzen müssen, aber dann könntest du nicht hier mit reinschießen. Wenn ich einen habe, ich glaube, dann kann ich, dann kann ich das alles mit Gewalt holen. Mal sehen, was die Schlange so kann. Ich will es wissen. Nischerscheidner hört ja mit, ja. Noch kann ich mir das tatsächlich leisten. Jawohl, Burkhard. Sechs. Ein paar noch. Also den hier brauche ich auf jeden Fall nicht direkt holen. Das wäre dumm. Ich glaube, der macht auch absolut gar nichts. Aber hat er nicht eine Balliste gehabt? Nee, hat er nicht. Aber trotzdem. Da brauche ich sehr viel Schlagkraft, um mich durchzuprügeln. Es juckt mich halt echt in den Finger, die einfach glatt zu machen. Ich glaube, der ist nicht so gut, dass er nicht so gut ist, dass er nicht so gut ist, dass er nicht so gut ist. Guck mal, wieviel das schon sind. Mein Geist ist klar. Was haben wir jetzt? Jawohl, Burkhard, wer fehlen? Gespeichertes Spiel überschreiben? Jawohl, Burkhard, Sie werden wie Vieh sterben. Das denke ich auch. Was ist das? Von unten kommt der eigentlich nicht mal in Angriff. Aber weißt du, was mit dem los ist, sobald ich den hier einhole? Ähm... Kriegt auf jeden Fall Schaden. Wir brechen auf, zum Feind! Oh, ein... Ninjas... Jawohl, Burkhard! Dann holt sie halt weg! Hm... In den Kampf! Oh... 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 Scheint auf die keinen großen Effekt zu haben. Dann hört man auf mit dem Scheiß! Oh... Oh... Boah, das sind das viele! Ich unterstehe... Ich unterstehe euren Befehlen! Wenn ihr keine Lust mehr auf Krieg habt, kommt zu mir und wir bereiten uns überfrieden! Was? Der Feind greift unseren Burgfried an! Was ist das passiert? Von zwei Seiten gleichzeitig auch noch. Und ich... Oh... Schöne Scheiße! Ja, deswegen macht... Deswegen speichert man vorher. Von zwei Seiten gleichzeitig auch echt fies! Scheiß Feiglinger! Oh... Sie werden wie Vieh sterben! Was ist das? Wir werden angegriffen. Aber vorher schon feststellen, wo die sind. Aber ich glaube, die Angriffe spawnen einfach bei denen. Die greifen nicht aktiv an, niemals. Oh, unentdeckt natürlich. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich unterstehe eurem Befehl. Okay. Jetzt kannst du noch so. Acht Ninjas. Okay. Vorgeschützt. 10. 10. 12. 12. 12. 13. 14. 14. 14. 15. 15. 16. 17. 20. anderen holen nach und nach meine armee marschiert wie teuer ist das 160 das ist sehr teuer nicht genügend gold jetzt nicht gedacht habe ich brauche wirklich jedes bisschen was ich kriegen kann meine armee marschiert toll ich kann die nicht mehr aufhalten wo ist das scheiße ist das scheiße unfair von vokan überhaupt der dürfte gar keine ankliffe machen können so ein dreck töte die schabe da habe ich also wahrscheinlich vor und verloren weil sie einfach mal aus dem hinterhalt mit angreifen noch was anders geben wir zuerst auf die heuschrecke wir werden angegriffen ja ja ich habe nicht gespeichert ich gehe dann echt auf die heuschrecke los er doch keine wurf geschützt oder sonst was ihn schützen könnte haben sie ja wirklich am besten ich mache meinen weg die können gar nicht von hier kommen eigentlich machen sie trotzdem mal der mail dann so wie war jesus in den kampf raus zerstört worden Das war's für heute. Ich unterstehe eurem Befehl, wie ihr wünscht. Auf die Heuschrecke jetzt erstmal. Meine Armee marschiert. Achso, ich wollte gerade sagen, wie kommt der Angriff zustande? Dann geht es wieder los. Wie kann ich denen? Auch dass sie verstärkt sind, macht es nicht unbedingt besser für mich. Das ist sogar ein richtiges Problem. Meine Armee marschiert. Sind die verletzt? Hat sie auch großartig gemacht? Komisch, dass wenn ich sie einsetze, sie einfach nicht gut eingesetzt werden. Okay, ein bisschen. Ich greife doch einfach an. Ja genau, holt die ganzen Bogen schützen hier weg. So ist gut. Und dann bleibt stehen und lasst euch umbringen. Sehr gut. Meine Armee marschiert. Ich habe ein paar Pferde gekillt. Jetzt speichere ich mal, wenn ich es wieder vergesse. Gespeichertes Spiel überschreiben? Ich habe ein paar Pferde gespeichertes Spiel überschreiben. Ich habe noch eine. Ich habe noch eine große Gäste zu sehen. Wann kann ich hier noch nicht so gut schicken? Oder kann ich hier noch in der dritten Kassel herunnen? Also, ich habe an der dritten Kassel funktionsverse. Wie kann ich schießen oder? Wie kann ich schießen, oder? Ich brauche noch eine Reise mehr. Man weiß sofort, wo die Schwachstellen sind. Okay. Auch die Reiter werden irgendwann weg sein. Ja, von mir aus, hoch, 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 hoch. Wieder ein paar weg von denen. Was? Greif sie doch an, die Idioten. Einfach durchrennen ist natürlich saublut. Meine Armee marschiert. Mach die doch Stück für Stück weg. Dann wird das auch was. Okay, zurück zu dem hier. Und wenn ich da selber rein stürmen muss? Ich will die Schabe knacken. Okay. Okay. Das kann da nicht platziert werden, Hoheit. Meine Armee marschiert. Ähm. Ich gehe mal davon aus, dass die hier sicher sind. Jawohl. Ich habe jetzt die Heuschrecke. Die haben ja schon ordentlich Schaden angerichtet. Es dauert nicht mehr lange, dann sollten auch hier ein paar bei dem Platz sein. auch der samurai schon fast überwältigt meine armee marschiert die tode erscheint tot zu sein sehr gut jetzt rennt nicht durch sondern legt euch am besten den bogenschützen an natürlich schön wenn ihr jetzt noch ihre wofsperre wofür schuriken hätten ich habe mit der heuschrecke kann ich dann richtig loslegen was die hölle da kann wir echt nicht und jetzt Das war's.